Bauchschmerzen, Blähung, Durchfall, aber dann hat mir meine Apotheke Kijimea Pro empfohlen. Seitdem sind meine Damen beschwerend. Kijimea Pro. Mehr auf kijimea.de Herzlich willkommen zu Atock24 am 2. Oktober. Wie viele Apotheken sind notwendig, um die Versorgung zu sichern? Und wie sieht der zukünftige Bedarf bei steigender Nachfrage aus? Um hier eine klare Grundlage zu schaffen, hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege ein Gutachten in Auftrag gegeben. Zitat, die Apothekenversorgung steht vor großen Herausforderungen. Apotheken spielen eine wichtige Rolle in der Gesundheitsversorgung. Im öffentlichen Interesse stellen sie gemäß Apothekengesetz die ordnungsgemäße Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln sicher, erklärt eine Sprecherin auf Anfrage. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wird am kommenden Mittwoch nicht persönlich auf dem Deutschen Apothekertag sein, sondern nur ein digitales Grußwort an die Delegierten richten. Der Minister hat nur wenig Zeit für die Apotheken übrig. Dennoch soll die Hauptversammlung geschlossen und gemeinsam auftreten und auch optisch ein deutliches Signal an den Minister senden. Auch die Deutschen Versandapotheken können nun beim Thema Kartlink mitspielen. Wie der Bundesverband Deutscher Versandapotheken berichtet, gibt es das neue E-Rezept-Einlöseverfahren, das in erster Linie für die beiden großen Player in den Niederlanden geschaffen wurde, nun auch für die Deutschen Online-Apotheken. Werden verschreibungspflichtige Arzneimittel zu Lasten der Kasse abgegeben, muss die Charge dokumentiert werden. Ausnahmen gibt es beim Blistern und nun auch für Krankenhaus- und krankenhausversorgende Apotheken. DAV und GKV Spitzenverband haben sich hierbei auf eine Ergänzungsvereinbarung zur Übermittlung der Chargenbezeichnung geeinigt. Anstelle der Charge kann rückwirkend zum 1. Januar 2024 bis zum 30. Juni 2025 das Wort Klinik verwendet werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns Freitag wieder.